Sophia Tomalas Gesicht ziert jetzt die Berliner Mauer Sophia Tomala, 34, bekommt ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk. Die gebürtige Berlinerin begann ihre Karriere bereits in jungen Jahren. 2006 feierte sie ihr Debüt als Schauspielerin in der Krimiserie Kommissarie Laurent. Seitdem ist sie kaum noch aus dem Rampenlicht wegzudenken und ist außer Schauspielerin und Model auch noch Moderatorin. Ihre Auftritte imponieren ihren Fans sehr, weshalb sich eine etwas ganz besonderes für die Ariute-Wann-Moderatorin überlegt hat. Zum 34. Geburtstag erhielt Sophia ein Porträt von sich auf der Berliner Mauer. Auf das Gemälde machte ausgerechnet der T-Boss-Hoss-Star Elik Vökel, 51, aufmerksam. So basiert er in seiner Instagram-Story vor dem Porträt der Beauty, auf dem zusätzlich noch alles Gute zum Geburtstag, zu viel steht. Liebe Sophia, ich weiß ja, dass heute dein Geburtstag ist, aber so ein Remainter ist beachtlich, staunt der Musiker in einem Video nicht schlecht. Andere schicken Postkarten und du bist auf der Berliner Mauer. Ich raste aus, teilt er mit und beglückwünscht das Geburtstagskind ebenfalls. Doch muss Sophia an ihrem diesjährigen Geburtstag auf das Glärchensekt verzichten? Die 34-Jährige selbst hatte nämlich vor wenigen Tagen das Gerücht gestreut, dass sie und ihr Partner Alexander 12, 26, in freudiger Erwartung sind. Eine Trophäe fürs Regal und vier Pondas für das Kinderzimmer bringen wir schon mal nach Hause, hatte die Tochter von Simone Tomala, 58, zu einem Kuschel-Foto von sich und ihrem Liebsten geschrieben. Diesen Satz hatten die Fans in der Kommentarspalte als eindeutiges Zeichen für eine Schwangerschaft gewertet. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.